Wir stellen vor, das ist der Maserati Gran Turismo MC Stradale. Der neue Bolide in der 300-Stunden-Kilometer-Klasse der italienischen Sportwagenschmiede zeigt schon optisch seinen wahren Charakter. Es ist die schärfste Version des Maserati Gran Turismo. Der Stradale wurde mit Hingabe designt und gezeichnet. Das Spoilerwerk und die Sportattribute wurden mit elegantem Understatement kombiniert. An Rennsport erinnert natürlich auch das Interieur und an Luxus wurde auch nicht gespart. Die Sitzschalen mit Hosenträgergurten, die einen vor dem Überrollbügel fixieren, zeigen Rasse und Klasse. Genauso dürfen Alcantara-Leder und Carboneinlagen nicht fehlen. Klimaanlage und Navigerät sind natürlich inklusive. Bei der Fahrwerks- und Getriebeabstimmung lässt der Gran Turismo übrigens auch keinen Zweifel offen. Mit 450 PS weistet dieses Modell zwar nur 10 PS mehr als ein Gran Turismo S, ist aber dafür um 110 Kilo leichter. Hart gefedert zeigt der Stradale mit seinem blitzschnell hochdrehenden V8 sofort Charakter. Der Verbrauch ist mit 14,4 Liter auf 100 Kilometer für diese Sportwagen Liga noch im Rahmen. Das Traumauto erfordert aber auch ein traumhaftes Budget. Der Bolide kostet fast 240.000 Franken.